Ja, wir haben kein Salz mitgebracht, Armin. Da können wir von dir was nehmen, du salty-er Bitch. Okay. Why you mad, though? Dude, they got no way I'm going up to the basement, bruh. Oh, hier? Ja, der erste Raum, wenn der nach unten kommt. Hier. Warum ist dann hier Kinect, bruh? Ja, ich hab's aber da hingelegt. Holz. Okay. Hier ist ein 0. Um... Hey, she just moaned, bruh? Ja, hier 0,2. Äh, 5, ich hatte gerade 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ja, die sind... I'm out, I'm out. Ja, hier in der Ecke, oder? Ja, gut. Ja, gut. Ich bin alleine unten. Oh, sie hat mich wieder angestöhnt. Nein. Oh, geil. Endlich meine Frau, die ansteckt. Oh, da came, though. Er hat gerade die Tür gewackelt, bruh. Äh, lassen wir alle runter und dann, äh, Splitbox fahren. Let's go. Er hat Buch geschrieben. Buch ist geschrieben. Echt? Oh, Handabdruck, Handabdruck. Also, wir haben... Ja, wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben alles. Nice, weg hier. Dann müssen noch... Salz haben wir nicht, Digga. GG. Dann haben wir es. Das ist ein, äh, Mieling. Bingeelings. Das ist ein Jingling. Ja, easy, GG. Leute, komm, Leute, komm. Oh nein, 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 nein. Oh, Farmhouse. Oh, shit. OGs remember, Digga. Farmhouse ist das beste, weil es immer Inzestfamilien sind. Well, I'm out, man. Okay. Doesn't have to be exclusive to farmhouses, though. What do you mean, man? What... What do you... What do you mean, man? What do you boi? What do you boi? Boi. Ich will mir irgend so einen Kuro folgen, Digga, der diese... Comedy-Gruppe-Profil hat, Digga. Kann mir ein Blasen. Ja, die haben Blasen. Kann ich... Hold up. Oh, no. 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 Aber his... Temperature's... Normal, though. Bist doch hier in der Kitchen, ne? Yeah. Ja, wie's gehört. True. Yo, Ghost hat Tür... Tür gemacht. Tür gemacht. Er ist alleine. Hat gemacht Tür? Ey, wie funktioniert diese Kamm-Stick? Just come on it. Oh, just come on it. Come on it, come on it, come on it. Brauch ich einen Leiter dafür? Ey, wie kann ich meinen Smudge-Stick anzünden? Wo ist Feuer? Wo ist Feuerzeug? Wo ist Feuerzeug? Und dann drückst du F. Oh, fuck. Ich hab schon angezündet. Ich idiot. Fuckin Wieter, Digga. Ich dachte, das hat so'n bisschen Burn-Time. You know what I mean? Nein. Warte, ich mach mal kurz Kamm-Stick. Wie hieß Sanity? Ist immer noch im Truck. Guck mal, hier mal Sanity. Ja, er ist noch über... Oh, okay. Ich hab über 80. Oh? Ich hab über 80. Er schreibt Buch, Buch. Wir haben Buch. Oh, okay. Ja, gut. Was, 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 was. Wir müssen aber noch Crucifix und so machen, ne? Ja, das war's gut. Wer hat die Kameras? Äh... Simon Ruh. Ich hab... Linda Martin. Fuck you! Ey, hey, hey. Hohohohohooh. Ich hab mich ausgelacht. Die hatte draußen, krass, die hab mich ausgelacht. Ich hab Bild gemacht. Ich war da. Ein Witziger. Junge, du Wichser. Camped in die Door, Alter. Alte. Du bist ein witziger. Dohund. Ich hab Bild gemacht. Ey, drei Sterne! Ich hab auch. Mann, nee, du hast. Freestyle. Angry Birds, Digga. Wo ist denn mein Bild, lol? Meine Kamera ist gar nicht losgegangen irgendwie. Ich hab geklickt, aber es ist nix passiert Oh, der wecker Da steht der, der kleine Homos, Dinger Get the fuck out of my house, I'm playing Minecraft Wer geist kommt, look into you Ich hab mich alle in Blasen, ich versteck mich jetzt oben einfach Warte, bis irgendwas passiert Linda Martin, komm, fuck you Komm, fuck me Oh, yo, Dinger, was so schön Open the door, bitch Etam, geh mal rein und frag mal nach Snapchat Okay, warte, ich sag Simon, kommst du mit nach Snapchat fragen? Ich chill hier oben, Dinger Komm mal mit nach oben Du willst sie doch klären, Dinger, also ich jetzt Ja, nicht ganz spielen Na, warte, na, warte, na, warte Ja, mach mal noch Oh, oh my god Is that yours? Linda Martin Will you make any of me? Please don't attack, there is nobody upstairs Hey, yo, wait, whoa, whoa What the fuck are you doing, cuz? There is nobody upstairs, do not attack Give me your credit card number, please Fetch me, dear cock Wie geht diese Walkie-Talkie? Alter 4 Komm, Dinger und ich, wir müssen noch rein, Dinger Ja, du musst rein Du hast auch 50, Dinger, 50p, fuck you, Dinger Du musst auch 50, Dinger Ja, du bist über mir, also musst du rein Ja, wir können uns mal pusten bei sowas Ach so, aber eben, wir müssen noch rein, Dinger Yo Fuckin adopted child, I don't shut you stupid, der sagt Hör doch auf, Dinger Sie kackt mich jetzt, sie fickt mich, Dinger, sie fickt mich, Dinger Ich hasse euch, Dinger Tut's gut? Tut's gut? Tut's gut? Was laberst du? Halt's auf Doch, ehrlich? Ernst jetzt? Ja Er ist so am tweaken, ne? Ich hasse euch zufrieden, Dinger Ich hab dich verpasst, Dinger Ich höre, ich komm hier nicht mehr raus F***t euch alle, Dinger Ich sterb jetzt, ich hab keinen Bock mehr, Dinger Fuck, retard Ihr Edson hat einfach zum Frühstück Fanny gegessen, Dinger Nein, warte, wir gehen, wir gehen, wir gehen das, hier Warte, nein, warte Wenn du jetzt Asylum, komm ich runter, dann träg dir das Gehirn rein Mann, get your fat head out in there, bruh Whose pants is this? Get the f*** out of you Ja, sorry, dass ich ein fat head habe, Dinger Du kannst dich dran nuckeln, wenn du willst Du kannst dich dran nuckeln, wenn du willst Fernsees kaputt Hier oben, bei mir, oben Was für EMF hast du? 2 1 2 Oh mein Gott, Dinger Man muss die so aggro, die Fotze Janiiik Drinnen sagst du? Hier, 4 Lass mal unser Zeug den oben bei Haben wir Fingerprints? Hatten wir schon hier bei 5? F*** ist das, Dinger Its aber jemand was Es ist aber jemand Tram, Dinger Rape-Incest-Porn Rett nicht raus Rett nicht raus dann, where would they? Where would they? Where are you? Ich glaube ich sehe einen Ghost die ganze Zeit bei der auf dem Bett rumlaufe Echt? Baby, hold up Wait, let me see Is anyone here? Wer hat die Tür zugemacht? Okay buddy, na hell no Hell no Hell no Hat sie geredet? I'm close Fingerprints, Spirit Box Fingerprints, Spirit Box und Dots Okay, let's go, raus, ihr habt deine Phantom ausgesucht Ich weiß nicht, wie ein Crip war da auf dem Bett Phantom, Phantom, Phantom Fack mal dein Weed weg, Bro Fuck yeah Okay, habt ihr ihn ausgesucht? Ja Warte Oh man ist literally trolling, Bro Next time Warum sind die Bütze immer ums Stirn neben mir? Fuck Weil ich sprinte und nehme euch Pokemon Compilation Yo Ey, Digga, weißt du, Ass noch? Literally Goldtruck Echt? Mach ready, du fucking Dampfwagen Hahahaha Funny that I don't accept Outro 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 Outro